Hallo und willkommen zu einem weiteren Mana Talk. In dieser Reihe spreche ich mit Schniesen, dem Raidleiter der Gilde Anbu, über den kommenden Raid Uldur. Hierbei erscheint das Gespräch in drei Teilen. In Teil 1 geht es um die Bosse im normalen Modus. Wir schauen uns hier vor allem Tipps und Tricks sowie die Schwierigkeiten an und ordnen diese ein. Im zweiten Teil gehen wir alle Hardmodes durch. Auch hier sprechen wir vor allem über Tipps und Tricks und wichtige Dinge, die man beachten sollte, man vielleicht nicht direkt auf den Schirm hat. Im dritten Teil geht es dann um die Einordnung der Hardmodes. Welche sollte man zuerst angehen und welche erstmal hinten anstellen, da sie für durchschnittliche Gilden anfänglich eher zu Frustration führen können. Ich gliedere das Video ein, sodass ihr ganz einfach von Boss zu Boss springen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne direkt einen Daumen nach oben da und schaut vor allem bei Schließen vorbei. Die Links zu seinem YouTube-Kanal bzw. seinem Twitch-Stream findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank und vor allem viel Spaß beim Mana Talk. Wenn man jetzt mit seiner Casual-Plus-Gilde jeden Boss auf Normal-Down bekommt, und wie wäre denn deine Reihenfolge, wo du sagst, dass man die Hardmodes angehen sollte? Oder auch gerne natürlich SSID 1 und vielleicht hast du einen Vorschlag mit dem Boss, könnte die eigentlich vielleicht direkt auf Hardmode probieren. Was wäre denn so deine Reihenfolge? Also, gehen wir davon aus, dass diese Gilde einen Raid-Tag hat oder zwei Raid-Tage? Wir gehen von zwei Raid-Tagen aus. Okay, also, wenn ihr zwei Raid-Tage habt, dann solltet ihr euren Raid-Membern unter ... Also, wenn's irgendwie geht, sagen, Leute, probiert euch für die 10er-Raids irgendwie noch zu organisieren. Ähm, denn die 10er-Raids sind grundsätzlich sehr viel einfacher, haben aber genau die gleichen Mechaniken und dort könnt ihr die Fights einfach schon mal lernen. Wenn ihr dafür gar keine Zeit habt, dann geht natürlich direkt in den 25er rein und macht Flame-Leviathan im Normal-Mode. Ignis und Klingenschuppe ist sowieso klar. XT macht ihr auch im Normal-Mode. Die, ähm, das Iron Council oder der Rad des Eisens auch im Normal-Mode machen. Kologan Auriaia ist sowieso im Normal-Mode. Ähm, Thorim ist der erste Boss, den ich euch empfehlen würde. Ähm, und das könnt ihr direkt in der allerersten ID machen. Ob ihr Casual seid oder whatever, ist relativ egal. Probiert Thorim einfach mal direkt im Hard-Mode. Denn der Hard-Mode von Thorim addet einfach nur dazu, dass der Raid mehr Schaden bekommt. Und wenn ihr dort irgendwie einen Heiler einfach mehr dazu tut, dann negiert das das schon. Also, der allererste Hard-Mode für euch sollte definitiv Thorim sein. Und das auch schon im Woche 1. Immer. So, und danach die restlichen, ähm, die restlichen Keeper, ähm, spielt die im Normal-Mode. Was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr bei Hodim, äh, Hodir euch so ein paar Twice-Side nehmt, einfach um das mit dem Debuff mal zu üben. Ihr werdet den in der Woche 1 nicht im Hard-Mode legen, aber wenigstens schon mal die, die probieren diesen Buff von dem Schamanen ein bisschen, äh, zu lernen. Das hilft euch in Zukunft. So. Freya, Mimiron, äh, und Vesax solltet ihr auch definitiv im Normal-Mode machen. Und Joxaron zu 100% plus 1. Also, probiert in eurer ersten Woche Thorim im Hard-Mode zu machen, aber verzweifelt da nicht dran, wenn es nicht klappt. Ja? Also, ihr müsst euch so ein bisschen einfach einen Plan machen. Okay, wir haben 8 Stunden Zeit, wir haben 2 Wait-Tage, a 4 Stunden. Und plant einfach mal für jeden Boss dann irgendwie so 45 Minuten ein, halbe Stunde bis 45 Minuten. Und wenn ihr in diesen 45 Minuten oder halbe Stunde, ähm, dann den Thorim zum Beispiel nicht schafft, dann macht es einfach auf Hard-Mode und geht weiter. Ja? Und so würde ich auch alle weiteren IDs, die dann kommen, angehen. Nehmt euch einfach eine gewisse Zeit. Ihr seht ja dann in der zweiten ID, okay, wir brauchen ungefähr eine Stunde, bis wir zu den Keepern kommen. Äh, danach hätten wir dann noch irgendwie 7 Stunden den Rest der Woche Zeit. Das heißt, wir könnten, äh, für, in der nächsten ID könnten wir dann für Thorim 2 Stunden aufwenden. So, und wenn ihr das dann in 2 Stunden nicht geschafft habt, dann lasst es einfach sein und macht weiter. Es ist wichtiger für euch, dass ihr alle Bosse tötet und von allen Bossen den Loot mitnehmt, als dass ihr irgendwie unbedingt diesen einen Hard-Mode macht, aber dafür in Gefahr läuft, Jock nicht zu töten in der ID. Denn ihr bekommt nur ein einziges Item mehr für einen Hard-Mode. Natürlich sind die Items wirklich krank, aber das macht, also, das macht nicht den Unterschied dazwischen, ob ihr dann einen Hard-Mode später noch legt oder nicht. Äh, mal angenommen, wir haben dann, wir haben dann Thorim und wir haben auch Jock geschafft, geht's dann eigentlich weiter mit Hodier. Also, wenn die von dir aufgezählt einen Track liegen, wie ist dann so die logische Reihenfolge, wo du sagst, okay, würde Sinn machen auf jeden Fall. Klar, jeder Raid ist anders, aber prinzipiell. Also, ich würde als nächstes würde ich Flammlevertan angehen, denn Flammlevertan ist grundsätzlich, grundsätzlich einfach. Nur, man muss die Zeit einmal investieren, um es zu lernen. Aber wenn man einmal gelernt hat, wie das im Hard-Mode funktioniert, ist der Boss wirklich nicht schwer. Das Problem ist nur, dass man dafür schon so zwei Stündchen einplanen muss und das hat man einfach in den ersten ein, zwei IDs nicht. Also, das wäre so der nächste, wo ich ein bisschen Zeit für investieren würde, weil dann hat man den jede Woche safe down. Der, ne, der wird ja auch nicht schwerer, der wird immer, also, das ist ein Boss, der sehr viel einfacher wird mit jeder Woche, die ihr reingeht, weil dieses Scaling insane dafür ist, für diese Fahrzeuge. So, und wenn ihr Flammlevertan gemacht habt, dann, ähm, würde ich definitiv, äh, auch immer mal wieder Holi probieren, weil das tut euch nicht weh. Ähm, das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass ihr ihn nicht unter zwei Minuten tötet, aber probieren könnt ihr es immer. Ähm, da müsst ihr dann wirklich nur gucken, da müsst ihr euren Raid-Kader für umstellen, dass ihr nur zwei Heiler habt. Und wo ihr euch dann als nächstes die Zähne dran ausbeißen könnt, wäre, ähm, der Rad des Eisens, würde ich schon sagen. Also, nach Flammlevertan, dann Hodi und Rad des Eisens ins Auge nehmen. Und wenn ihr die, äh, mehr oder weniger down habt, dann würde ich Richtung Freya und Mimiron gehen und meine Zeit da ein bisschen investieren. Und General Vesex kann man damit auch dann angehen. Ja, also, ich würde General Vesex so zwischen Freya, Mimiron und, äh, und Iron Council sehen. Also, ja, das sind so die, die letzten Bosse, die man dann machen sollte. Ja, und wenn man das alles geschafft hat, dann sollte man auch Jog 0 schaffen, äh, und dann hat man auch schon die Möglichkeit, wenn man alle, alle Hard-Mode-Wächter weggemacht hat, Algalon zu tryen. Und Algalon sollte man jede Woche eine Stunde sich dran setzen, einfach um es zu lernen. So, wenn er dann irgendwann genervt wird, dann kann man ihn relativ einfach legen, aber dann, ähm, weiß man zumindest schon mal mehr. Wenn man ja nur pro Raid-ID so pro Woche nur eine Stunde, eine Stunde für Algalon Zeit hat, würdest du hier, wie du auch schon erwähnt hast, immer sagen, egal, ob man auch keine Chancen sieht, aber, ja, dieses, diese Stunde lernen sollte man jeder ID mitnehmen. Auf jeden Fall. Ob man eine Chance hat, den zu legen oder nicht. Aber, wenn ihr damit wartet und dann kommt der Nerf, die, dann ändern sich vielleicht die Values und der macht ein bisschen weniger Schaden hier und da, aber die Abilities bleiben dieselben. So, und wenn ihr dann erst anfangt, den zu lernen, dann ärgert euch schwarz darüber, dass ihr dann wieder zwei, drei IDs, obwohl der schon genervt ist, äh, verschwendet, weil Algalon ist halt der, der Char, der den besten, oder der Boss, der den besten Loot droppt und der einzige Boss, der mehrere Hard-Mode-Items droppt. Alle anderen droppen nur ein Teil und Algalon droppt mehr oder weniger vier. Ja, klasse. Dann sag ich schon mal vielen, vielen herzlichen Dank hier für die Auflistung. Jetzt hätte ich noch eine persönliche Frage. Wer bekommt bei euch den ersten Hammer? Unser Gildenleiter. Das ist der, äh, der Palahidl, Palatom heißt er bei uns. Also, ich war ja früher Gildenleiter, ich bin es jetzt seit Mitte TWC nicht mehr. Äh, der hat die, er hat 100% Anwesenheit, macht so gut wie alles, äh, äh, ist, äh, tut mir leid an euch anderen, aber er ist der beste Heiler bei uns und das war auch überhaupt gar keine Frage. Habt ihr da von den Klassen eine feste Einteilung? Also, Palah macht natürlich am meisten Sinn. Kommt danach direkt ein Druide dran oder gibt es einen zweiten Palah oder wie geht's bei euch weiter? Also, es gibt natürlich Klassen, die besser damit skalieren als andere und das wäre grundsätzlich der Palahil am besten. Dann Dudu-Heal mehr oder weniger gleichgestellt mit Chummy-Heal, da die das auch benutzen können, wenn sie mal in Eule oder Ele gehen. Und als, dann wäre der Holy Priest und als letztes der Diszi. Also, der Diszi ist wirklich der Einzige, der, ja, der den Hammer am wenigsten gebrauchen kann, aber verteilt das halt nicht einfach blind an. Ja, ja, hier, der Schniesen oder irgendein anderer hat gesagt, äh, Holys, Palah ist am besten. Es ist immer noch so, ein Legendary jemanden zu geben, ist ein großes Commitment, was die ganze Gilde macht und da gehen wochenlang Arbeit rein. Gibt das dem Spieler, der es sich verdient hat und dem ihr auch vertraut, dass er noch ein bisschen weiter bei euch raiden werdet. Ob das dann als allererstes der Palahil ist oder oder, es ist egal. Wenn ihr diese Waffe habt, habt ihr wahrscheinlich den größten Teil des Contents sowieso down und das ist so, so einfach eine Belohnung. Ja, und bring this a player, not a class. Äh, sehe ich absolut wie du. Also, machen wir ähnlich und, ähm, bei uns geht's auch an einen Spieler, also an einen, an einen Heiler-Paladin, der hat eine, äh, eine Raid-Anwesenheit von 100% und ist dabei seit dem ersten Raid in Molten Core und hat eine, ja, wie gesagt, fast eine 100% Raid-Anwesenheit. Was willst du da falsch machen? Und, ähm, ja, genau. Das ist eine sehr treue Seele und der hat's auch definitiv verdient, aber da bin ich genauso bei dir. Wenn ihr genau diese Person in einem Shami habt oder auch in einem Holy Priest habt, ähm, dann ist die Person, die immer da ist und, ähm, die immer pünktlich kommt und die seine Klasse vor allem sehr gut spielt, äh, deutlich besser mit dem Hammer aufgehoben wie der Parler, der nur, oder der jeden vierten Raid nicht kann. Ja, und ich weiß, für ein paar DDs ist das auch bis, aber, ey, Leute, seid nicht greedy und ganz ehrlich, wenn irgendwer bei euch in der Gilde wirklich das Thema aufmacht als DD und sagt, hier, ich bin DD, ich will das haben, äh, sorry, aber ist immer noch irgendwie ein Spiel und wenn du nicht derjenige bist, der hunderter Passes fährt, dann sei nicht derjenige, der so ein schönes Heiler-Item probiert, einen Heiler wegzunehmen. So, damit macht man sich keine Freunde. Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann würde ich dich unbedingt noch bitten, dass du mal noch ein bisschen Werbung für euch machst. Ihr werdet ja jetzt ja dann auch vermutlich, oder du wirst vermutlich auch wieder streamen, jetzt vor allem, wenn Ulduar kommt. Wie, wie schaut's allgemein bei dir aus? Also, wenn Ulduar rauskommt, grundsätzlich streame ich immer auf Twitch, ganz normal einfach Schniesen eingeben, äh, mittwochs und sonntags, wenn wir raiden. Ähm, wenn jetzt Ulduar rauskommt, äh, haben wir ein bisschen verrückte Woche vor uns, denn direkt am 19.1. um 23.59 Uhr geht's los. Da streamen wir den Start von Ulduar bis circa 2 Uhr in der Nacht. Den Tag darauf am Freitag von 19.00 bis 23.00 Uhr Ulduar. Den Tag darauf von 18.00 bis Open-End Ulduar. Den Tag darauf von 10.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends Ulduar. Den Tag darauf von 20.00 bis 23.00 Uhr abends Ulduar. Und den Tag darauf auch Ulduar. Das heißt, jeden Tag seht ihr bei mir etwas aus Ulduar. Also, den Link von Schniesen packe ich euch, ähm, in das erste Kommentar ganz oben rein. Ich packe es euch in die Beschreibung ganz oben rein. Ähm, schaut da unbedingt vorbei. Ein absoluter Mehrwert, ähm, vor allem so für die deutsche Szene, ähm, der auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Folgt ihm auf YouTube. Schaut dort vor allem auch in diese expliziten, ähm, ja, Boss-Guides nochmal rein. Oder besser gesagt, dort geht er in einem etwas längeren Format, wirklich, ähm, Step-by-Step die jeweiligen, äh, Bosse und deren Mechaniken durchschaut. Vor allem in die Videobeschreibung rein. Das ist für jeden Raidleiter Goldwert. Vor allem für so, ich nenn's mal mittelständige Casual-Bluss-Gilden. Ähm, da ist die Aufteilung verlinkt. Da müsst ihr nur noch dann, äh, teilweise zuweisen. Oder seht, seht auf Bildern halt einfach die Positionierung bei Toren. Das ist, äh, Bombe. Ihr könnt ganz einfach einteilen und könnt das grafisch auch im Raid einfach da legen, ohne dass ihr selber irgendwas machen müsst. Also, schaut in die Videos, schaut in deren Beschreibung, ähm, und folgt auf jeden Fall Schniesen auf Twitch und verfolgt jetzt seine, seinen, seinen Uldur-Marathon und lasst da natürlich ein Follow. Und wenn ihr's habt, zumindest ein Prime-Sub da. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Unfassbarer Mehrwert, ja. Dann, ähm, in dem Sinne, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nee, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat mir letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, einen großen Dank geht auch erstmal raus an deine Gilde. Äh, ich hab so viele nette Nachrichten von den Leuten alle bekommen, dass denen der Talk letztes Mal gefallen hat. Und haben einige gefragt, ey, bist du nochmal dabei? Und mich hat's gefreut, dass du mich, äh, angeschrieben hattest. Und mir macht das immer einen riesigen Spaß und ich hoffe, dass ihr auch alle Spaß habt, irgendwie zwei WoW-Nerds beim, äh, beim Über-WoW-Reden zuzuhören. Ja, also nochmal dickes Dankeschön an dich und an deine Community und immer wieder gerne. Vielen Dank, Schniesen, vielen Dank. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und, ja, dann natürlich immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie. Ciao, ciao.